Hallöchen, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play, der das grüßt auf Skyrim, den euren Rollen, die Special Edition und bei der Folge 12 sind wir jetzt schon angelangt. Wir sind immer noch in der ehemaligen Befestung Helgen unterwegs, wo wir am Anfang, ihr könnt euch erinnern, wo wir geflüchtet sind vom Schwarzen Drachen, von, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal den Namen nicht mehr, vom Schwarzen Drachen. Und wir säubern mal hier die Festung von Banditen. Ja, die Magierakademie. Okay, da wollen wir noch nicht ran. Und in der letzten Folge haben wir sogar die liebe Ari Aranea, die Lilith. Die Nahrung behütet uns alle, Wächter. Irgendwann mal doch ein Banditen... Bis zum nächsten Mal. Habt ihr etwas gehört? Oh, ah, die Spitze guckt im Hinterkopf wieder raus. Ah, 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 das muss wehtun. Schaut mal, ich hab ihn richtig gut erwischt. Ich habe den durch den Durch die Okay, ein bisschen durch den Mund und durch die Backe Erschossen und der Pfeil guckt hier Am Hinterkopf wieder raus Ah, 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 ah Es tut mir schon selber Es tut mir schon weh, wenn ich das nur sehe Ich habe sie Unter dem Busen erwischt Der Frau Ja, ich ziehe es mal wieder raus Ah, da ist noch Salz Da ist ein Pfeil von mir Da ist ein Pfeil von mir Okay, ich glaube nicht, dass hier noch Banditen sind Aber ich schaue einfach mal trotzdem Kann ja sein Ihr müsst es so sehen, dass wir Erfahrungspunkte für Uns, Entschuldigung, jetzt kleine Hopfeller Na ja, wenn er Banditen wäre, würde man es ja hören Was war das? Deine Mutter Oh, nicht呀 Ja, aber es war das? Oh, nicht ja 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 Ah, nicht ja Okay, dankeschön. Alter, hat sie weggefaselt. Okay. Aber hier stand ein... Huch. Und ganz ehrlich, wenn hier so viel Bier mit steht... Ganz ehrlich, ich bin der Bayer, aber brauche mein Bier. Ich fieke es noch einmal. Oh, Gold, Gold. Her damit. Dietrich, nimm mal mit. Ja, wenn hier Rüstung rumliegen, Tete... Also muss jetzt nicht unbedingt kaiserliche Rüstung sein, aber ihr versteht. Was macht denn seine Kapuze noch mal? Ja, nimm mal mit, die Kapuze. Was macht dein Diadem noch mal? Äh, mal sehen. Was macht denn das Diadem noch mal? Leikert die Magie um 20. Jetzt hat sie komische Weiße wieder... Ja. Muss ich nicht verstehen. Gebe ich dir lieber das hier. Bis zum nächsten Mal, Wetter. Das steht jetzt sogar ganz gut. Ich meine, sie hat jetzt wieder eine Kapuze. Ich denke mal, sie wird zufrieden sein. Ja, warum nicht? Einfach mal ganz kurz hier so entlang gehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt hier noch irgendwie Banditen rumgurken. Oder doch? Hallo? Oh. Oh. Ai, 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 ai. okay ist das ihr ihr feuer nach okay das ist geil oder hat uns da uns ganz ehrlich leben der lieben ariana lenit der schenke ich ein kind definitiv die hat mir gerade den arsch gerettet wenn es gehen würde in skyrim also gehört ihr beide werden bald im bett landen spaß und wenn dann würde ich diese sehne wieso rausschneiden änderungsverkosten zwölf prozent weniger magie magie vor allem mana gebe ich ja auch mal das ist quasi unser ehe ring schnell hochzeit wie in las vegas muss man speichern ich glaube mehr gibt es hier nicht oder haben wir mit bist du denn ja du hast du hast nicht dass das geschäft mit meiner verlobten gemacht mal lieber schauen wir mal einfach mal querbeet überall mal rein hier ich glaube nicht dass da irgendwie was neues liegt aber damit sogar gold vergessen ich glaube nicht dass da neue was spinnen runterkommen schade hätte ich mir eigentlich kauft wir gehen einfach mal denselben weg wie man den ersten folgen gegangen sind noch mal entlang könnte ja sein dass ich was übersehen habe da ist eine frost spinne schaut mal ich sehe da nichts ich wollte mal immer wissen was hier oben ist vielleicht ist da irgendetwas interessantes ich glaube nicht mal nachschauen darf man ja mal oder ja da können wir nichts mehr finden so einen kleinen sprung mache ich auch wenn es jetzt nicht gelohnt hätte ich mache meinen sprung zu dem wächter stein dann gehen wir mal da lang mal anschleichen brauche ich mich dann nicht hallo das ist das aber eine überraschung jetzt hat sie hier im feuer feuer auto nach das sieht man halt aber glaubt mir mit dem wollte nicht knutschen da schmelzen euch die lippen weg und vielleicht auch noch was anderes hä knurr 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 bell 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 naja ja leg dich nicht mit uns an ich sagste so hier versuchen wir uns ein bisschen wieder zu anzuschleichen aber wie gesagt es wird mit einem ja und du bleibst jetzt marschieren hier oben weil das wollte ich nämlich mit dem wagen auslösen ich habe euch doch gesagt dass wir jemanden haben werden aus dem wach wir warten jetzt mal bis der herr da hinten noch hinten verschwunden ist und dann warten wir schon wieder bis der herr da wieder auf und er weg ist jetzt brauchen wir uns erstmal keine sorgen machen dass da irgendwer auftaucht macht trotzdem die lichter hier aus da unten hat jemand zerrissen das tagebuch nehmen wir trotzdem mit wir lesen es noch nicht aber wir nehmen es mal mit tagebuch war das wieder eins oder na wo war das jetzt wieder ja die lassen mich jetzt schon seit tagen hier unten schuften aber die zeit ist es nicht die mir zu schaffen macht es sind die tolle ich habe ihnen schon so oft gesagt dass sie die einsturzgefährderten tunnel abschnitte mit einem paar zusätzlichen stützen absichern sollten wenn wir doch noch mehr von diesen holzbalken hätten die wir mit bronzen fassungen verstärkt haben also ehrlich wenn ich noch ein einziges mal höre wie sich die erde über meinen kopf rührt kriege ich solche atemzustände dass ich vielleicht sogar endgültig mit dem trinken aufhören ich meine was ist ein nord ohne sein mit stimmt ein halber ein halber nord ok also wir hätten draußen eine wache postiert haltet die augen offen ich glaube nicht dass wir allein sind überprüft ihr den eingang ich werde hier drüben nachsehen was war das? lassen wir die spiel ich habe jetzt nicht zu viel schaden bekommen nein nein das war wie gesagt keine dumme idee die gute ariana rania mitzunehmen war keine dumme idee wenn dein kopf fehlt kannst du jetzt vergessen mein freund und wegen ich soll den eingang untersuchen dann geht der nicht mal bis zum eingang hoch der feigling jetzt könnten wir mal können wir ja ruhig mal wieder absuchen weil da unten ist noch was was wir mitnehmen müssen hier ist nämlich eine eisenerzader die nehmen wir mit ich glaube ihr versteht mich noch gut ich glaube ich übersteuere auch ganz dezent nur nur ganz dezent mal kurz hier rein schauen ob hier irgendetwas ist wir haben auch immer hier flieder oder arme wachsen können warte mal ne ich muss nicht hier lang ich muss hier lang und schaut mal hier oben auf den holzbalken wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon an gold ja fehlt nicht mehr viel dann haben unsere 5000 gold stücke erreicht ab speichern startet nie wie gesagt heller kriege ich es leider nicht freunde warte was und tschüss ja komm den schlüssel nehmen wir so und hier sind wieder pilze und erzadern wieder die nehmen wir auch wieder mit ich weiß auch nicht warum youtube das ganze immer so penetrant penetrant dunkel macht keine ahnung was bei deren auch hochladeprogramm da immer schief läuft wenn ihr was vielleicht ein bisschen erkennen wollt bei dunklen stellen einfach mal vollbild machen vielleicht seht ihr dann ein bisschen mehr ja ok da haben wir handschuhe für uns einhändige angriff für 20 prozent wir schauen aber hätten auch mehr verteidigung was war denn für ach wir haben so einfache pelz am schienen ja sonst ist hier nichts besonderes drin liebe ariana ariana bitte geh mal ein bisschen zurück oder ich kotze dir auf die tippen entschuldigung ey das ist so ausdrücklich lass mich doch mal durch Mann oh er hat tippen gesagt okay ich weiß es heißt brüste nix ein vampir hm okay was sucht ein verdammter vampir hier mal ehrlich was sucht was sucht denn hier ein vampir hier hier in okay das ist jetzt das neueste sonderling wie ich mal im stream das spiel gespielt habe lief hier ein kaiserlicher kurier rum her ich weiß nicht warum aber das wäre jetzt was importiert nur ein kleiner geht ich weiß ich keine diese die nach und nix die der Okay, gut, wie gesagt, dass ich meine Ariana dabei habe. Aber es ist so, wie gesagt, das verwundert mich eigentlich zum Vampir. Aber zum Glück hat sie uns nicht mit dem Vampirismus angesteckt. Ja, keine negativen Effekte. Wenn die einen mit einer Attacke angreifen oder mit dem Clown oder so oder mit dem Zauber. Dann kann die uns nicht mit Vampirismus anstecken. Junger Vampir. Ah, ja. Die Stiefel schauen cool aus, aber... Oh, ganz ehrlich. Wartet mal, ich kann euch vielleicht den Vampir mal vom Gesicht her zeigen. Die schauen mich ein bisschen anders aus. Seht ihr? Warte mal, ich will dich mal... Leg dich doch nicht die ganze Zeit auf dem Rücken. Die Leichen machen es einen auch nicht leicht. So, jetzt kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Wartet mal, ich... Bevor jetzt wieder jemand meckert, ja, es ist so dunkel. Veränderung, Kerzenschein. So, jetzt könnt ihr die... Machen wir dir eine Hand weg. Jetzt könnt ihr die sehen, die haben nicht komplette andere Gesichtszüge. Die haben so Fledermausartige Sachen. Ja, und jetzt bin ich... Werde ich sehr entdeckt, weil, schaut mal her, jetzt schwebt nicht dieses glühende Ding über mir immer und versorgt das Ganze mit Licht. Das könnte ich immer machen. Das Dumme ist aber dran. Dann sehen uns die Feinde schneller. Dann brauchen wir uns gar nicht verstecken. Das ist das Miese daran. Ja, das folgt uns sogar. Verdammt, was für ein Anblick. Was braucht ihr, Wächter? Was braucht ihr? Ja, ich brauch nix. Du sollst mal ein bisschen was für mich tragen. Bücher gebe ich hier nicht mit. Sonstiges. Hatte ich irgendwie ein Fell dabei? Ja, weg damit. Sie kriegt auch... Komm, sie kriegt mal hier die leeren Seensteine hier. Die ganzen Bahnen, die wir hier mitschleppen. Die Erze und so weiter. Dann werden wir nicht so schnell überlastet. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Du hast wunderschöne rote Augen. Ey, ich muss meine Frau auch mal ein Kompliment machen, oder nicht? Ich glaube, es sind aber schon alle angerannt, Komma, oder? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, es sind schon alle angerannt, Komma. Okay, davon brauche ich nix mitnehmen. Wartet mal, das stört mich jetzt ein bisschen was, Freunde. Einen Moment. So, ich habe es jetzt mal mitten in der Augen. noch mal ein bisschen verändert. Ich hoffe mal, ihr seht jetzt da ein bisschen mehr als sonst. Weil ich sorge mich ja um euch, wenn das immer, wenn man Videos in YouTube hochladet, dass dann immer das Ganze immer so penetrant dunkel ist. Ich hätte spüren können, dass hier irgendwo ein Eisenerz da ist. Doch, da ist einer, oder? Ja. Nehmen wir gleich wieder mit. Oh, ist hier noch irgendetwas? Ja, da, die Banditin, die mir noch runtergeschossen haben, aber von der Hängebrücke. Die nehmen wir noch, äh, die looten wir noch. Ja, aber so ist das, so ist das jetzt mal in Skyrim. Das ist halt nicht nur immer von Quest, von Quest zu rennen, weil, kann man zwar machen, wird aber nach einer Zeit, äh, einseitig. Und einfach mal hier ein bisschen was erkunden, ein bisschen was erforschen. Das hat noch niemandem geschaden, davon, äh, ist nicht gleich Weltuntergang, Apokalypse now und so. Das, äh, das, was ich, äh, was ich witzig finde, von diesem Spiel gibt es sogar einen Speedrun. Ich glaube, da hat es einer, äh, mit Glitches und Cheats in, ich glaube, zwei oder drei Minuten geschafft, das Spiel durchzuspielen. Komplett angeblich. Mit Glitches und Cheats. Okay, das brauchen wir nicht, das schon. Schaut mal, wir haben schon unsere 5000 Goldstücke. Das heißt, wir können schon in Weißnauf ein Haus kaufen. Also hat sich das hier reingehend schon mal für uns gelohnt, aber definitiv. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwer ist, oder? Nö. Der geht schon wieder nach draußen. Daher hört es ja, die Arena ist durch die, äh, Geräuschfeinden. Was denn? Ich habe doch bloß gefurzt. Ich kann nicht so viel, wenn du das letztendlich aus der Höhle rauskommst. Das ist jetzt wieder Flusswald. Okay. Ich würde mal sagen, wir reisen noch mal nach Weißnauf, um uns jetzt vielleicht noch in der Folge das Haus zu kaufen. Wenn ich jetzt sehe, dass hier nicht irgendwas dazwischen kommt. Versteht sich. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fäde mit der Graumähnenfamilie. Ach, was du nicht sagst. Ich mache mal wieder, ich mache mal elf Stunden diesmal. Weil nachts können wir keine Häuser kaufen. Da ist dieser Aventus Buruniki im Bett. So. Dann auf mal. Nein. Äh, wir gehen jetzt einfach mal zur Festung, wieder zur Drachenfeste. Was darfst du denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Auch wenn ihr älter seid als ich. Mal ganz ehrlich, Mädel. Du hast so eine schlechte Kindererziehung, hey. Und wenn du meine Tochter wärst, ich würde dir dafür, dass du Fremden so gegenüber so frech bist, den Arsch versäuen. Genau, ich würde mich genau, ich würde sie packen, mich hier am Brunnen setzen, ist mir scheißegal, ihr den Horrork hochziehen und richtig einen auf den Arsch schauen. So. Mal ganz ehrlich, hey. Mal ganz, ganz ehrlich. Weil ich mir den einfach geholt habe. Ganz einfach. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal, wenn die Leute den nackten Hintern von meiner Tochter sind würden. Ich würde dir einfach mit einem Arsch versäuen einfach nur eine Lektion erteilen, dass ihr nicht gegen Fremden nicht immer wieder so frech ist. Weil das macht man nicht. Ei. Ich möchte gern das Haus... Ach, alter Schleimer. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Ich nehme es. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ja, jetzt müssten wir eigentlich ganz schön wenig Geld haben. 37 Goldstecke. Ihr müsst euren Besuch in Drachenfeste. Ja, 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 will ich machen. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Das ist auch eine gute Sache. Immer kurz was gucken, ob ich irgendwas zum Entzaubern habe, was ich jetzt nicht wirklich brauche. Ja, kommt das Diadem weg. Das hier weg. Ach, die Tragigkeit, die darf ich jetzt nicht wegmachen. Verzaubern würde ich gern mal was. Nein, der Himmel ist hier stehen. Brennt das Ziel für 10 Sekunden. Schadenspunkte. Ja, ja, die 5 Sekunden um 15. Magierverstehung um 20. Magier... Ich habe auch kein Gegenstand noch in der Hand ausgewählt. Nein, was? Äh, Gegenstand. Hätte ich gern das hier. Verzaubert mit dem. Dann nutze ich einen winzigen Seenstein. Ja, 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 ist mir schon bewusst. So, und dann gehe ich mal ganz kurz nochmal... Ich habe ein Level ab, ich weiß. Ich will aber was anderes kurz machen. Konnte man die nicht irgendwie umändern? Äh, Namen ändern? Warte mal, ich muss mal kurz meinen Hammer nochmal hier hin. Das hört sich so verkehrt an. Mal sehen, ob ich noch was verzaubern kann. Ist zwar eine... Wir kriegen noch eine bessere Rüstung, also... Keine Panik auf der Litarnik. Gegenstand umbenennen. Ich nenne mich jetzt einfach mal... Brennmars... Brennmars Magie... Rüstung. So. Herstellen. So, dann haben wir das. Dann machen wir noch in der... In der Folge ist Level Up. Ich mache wieder auf Ausdauer. Ähm... Würde ich gerne mal... Ich glaube, Schlösser knacken sollten wir auch schon mal anfangen. Aber ich schaue, ob ich irgendwas anderes weiter voranbringen kann. Schwere Rüstung. Ne, geht immer noch nicht. Ja, das mache ich auch. So. Kann ich hier ein paar Tränke... Sucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein, 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 nein. Das bestimmt nicht. Das ist langweilig. Ja, ich kaufe mal bei Ihnen... Ich hoffe, ich kann bei Ihnen Heiltränke kaufen. Ich weiß, wir sind gleich am Ende, aber ich will das... In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde... Hm. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Oh, der hat keine Heiltränke. Okay. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, 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 ja. So, vor sichshalber mache ich eine Sache nochmal. So, meine Freunde, dann sage ich an dieser Stelle, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Vabeisein und bis zum nächsten Mal bei der Adder Scrolls auf Skyrim, die Special Edition. Tschüss, tschüss. Tschüss.